Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Knight, Jedi Academy für den PC. Im letzten Part haben wir noch die Mission hier auf Biss gewählt, dass wir mit der fortsetzen wollen. Ich spüre die dunkle Seite nicht, Kyle. Ich auch nicht. Das ist nicht gut. Tavion war schon da. Und dann ist irgendwie das Spiel abgeschmiert. Ich hole uns hier raus. Ein Traktorstrahl erfasst uns. Ich komme nicht los. Okay, das ist der Plan. Ich habe mal zu meiner Imperiumszeit auf so einem Schiff gedient. Du schaltest den Traktorstrahl aus und ich starte die Selbstzerstörung. Bereit? Bereiter geht's nicht. Okay, ja, also wie gesagt, am Ende der letzten Folge ist das Spiel ein bisschen abgeschmiert. Ähm, aber wir haben jetzt quasi nichts verpasst. Das ist doch auch schon mal schön. So. Achso, das ist Kyle. Hm. Ja, Kyle will ich nicht umbringen, ne? So, schauen wir doch mal. Haben wir hier oben irgendwo weiter? Nö. Ähm. Hier drehen wir? Nope. Und hier... Auch nicht. Mann. Äh, ja. Dankeschön, Jayden. Ganz toll. Hier unten? Ah. Okay. Ich muss noch mal den... Ups. Ey. Ich muss noch mal den merkwürdigen Weg gehen und den Berufsspringer. Ah. 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 Na. Rächt das? Ja. Das reicht. Okay. Sehr schön. So. Okay. Perfekt. so viel neu ist hier so viel neu ist hier ich geh doch gar nicht so na komm ordentlich geh nach oben ich habe es doch nicht realisiert okay da stand ich ein bisschen nah dran naja egal einmal wieder alles auffüllen bitte was was nein zwei punkte schild energie zwei ganze punkte schild energie das ist doch doof naja egal so hier geht es weiter ausreisen warum sollte ich so was machen mit einem schoss joker gewähren so na bitte beide gleichzeitig gefällt so muss das aussehen so dann will ich aber hier noch mal anschauen weil hatte ich hier doch noch irgendwo wo waren das wo war denn jetzt der bereich der geschützt war so perfekt sagen wir mal geht doch ich wollte schon meinen hier einer weg na so nummer eins ach komm so gut weiß , ich will doch nur hier durch halt und noch bescheuert das macht mir jetzt aber angst Mensch, ein Sturmtruppler, der mit Schießen droht, hm? Traktorstrahl deaktiviert. Gut, geh zurück zum Chip. Ich brauche noch etwas mehr Zeit. Okay. Dann. Jemand muss einen Notruf abgesetzt haben. Jäger nähern sich uns. Das ist nicht so gut. Ja, wo muss ich jetzt? Moment. Moment, irgendwie bin ich jetzt gerade im Kreis gerannt. Nur das ist nicht ganz so toll. So, wir lernen. Wir lernen. W志el. Komm! Ich brauche jetzt. Komm! Mach! 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 Www. Mach! 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 einfach mal so stehen bleiben hier passiert ja nichts okay haben wir schon mal einen der beiden da ausgeschaltet hey what the fuck verarschen oder was mein lieber freundchen so noch mal voll heilen hallo meine fresse warum wurde ich jetzt von dem die ganze zeit zurück gestoßen keine ahnung wahrscheinlich hat das spiel irgendwo umgebugt oh ne raketenwerfer dankeschön nachdem ich zwischenzeitlich schon raketen gefunden hatte es ist ja toll dass ich jetzt auch einen raketenwerfer finde so so ab 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 so dann können wir euch hier nochmal ausschalten sehr schön äh und dann gucken wir mal ob wir hier noch einen anderen weg haben als den einen da hier können wir nämlich noch so nützt mir das irgendwas dass ich jetzt hier drin bin äh eigentlich nicht nö sieht nicht so aus ok denn halt nicht dann gehen wir hier lang was zum teufel ey ah diese dummen stoker äh gewehre ne sind echt so ein bisschen heftig äh ja kack ich sollte auch ich brauche noch Zeit ich brauche noch Zeit wir hatten die Füße und schieße auf die Kackverschie so so sie schicken Bomber Gott äh 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 nein die Heilung so so ok ach was mach ich denn so da haben wir einen Stoker da haben wir einen Stoker so nutzen wir das jetzt dann nutzen wir jetzt ihre eigene Waffe gegen sie ganz einfach ey so hab ich ja mal gar keinen Bock drauf ne mir hier irgendwie das nochmal versauen zu lassen von so schön wunderbar dann holen wir uns hier nochmal unsere hopp unseren Schild zurück so perfekt und dann bitte auf ein neues dann ey dann 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 du noch weg du noch weg so so dann den dann 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 die dann 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 nehmen wir uns die stoker so ok dann sind für die beiden jetzt auch los ich musste hier gar nicht mehr weiter lang aber wahrscheinlich muss ich hier lange um irgendwie zurück zu kommen später und damit mir da nicht mehr im weg stehen habe ich sie lieber jetzt ausgeschaltet nicht dass ich sie dann vergesse ok nice schilder noch mal aufladen ich bin das überlege ich mir noch normalerweise ja nicht normalerweise mache ich sowas nicht ich bin ja gerne hier rum weil das für meine mission auch weitaus effizienter ist so darf noch einer ok na komm schon komm schon hier ihr scheißteile ich krieg euch hier ist nix sind nur die beiden na gut so das scheint alle auf der seite gewesen zu sein hier noch mal hier habe ich jetzt auch nichts weiter das finde ich hier nach oben fahre dass ich hier noch andere sehe ja da haben wir noch einen steuerpult hier vorne so perfekt ich bin fertig trifft mich bei der claw ok und zurück zum schiff heißt das jetzt auf gut deutsch so frage ist jetzt natürlich wie ich da am schnellsten hinkommt hier schickowski ich vermute mal über den aufzug hier na kommst du ja jetzt höre ich dich ok du bist auf den weg sehr schön na dann fahr mich runter beam me down oder sowas gut hier wird ja nicht gebeamt aber ihr wisst was ich meine bestimmt soo hier gehts nicht weiter also hier lang also hier lang also hier lang sind hier wieder gegen aufgetaucht warum auch nicht warum auch nicht kann ich hier nicht einfach kann ich scheinbar nicht ah mein jeder weg ist jetzt aber wieder offen sehr schön soo na denn hopp jetzt mit dem da hier einmal rüber ey ich wollte eigentlich rum rauf soo geht doch soo soo euch hier noch ausgeschaltet ihr fliegt gleich alles in die luft zu einfach perfekt erledigt sehr schön und rems ja natürlich direkt nachdem wir es raus geschafft haben ich habe nur die information über bis gegeben ach übrigens gute arbeit ja das will ich aber auch hoffen dass du die arbeit als gut empfindest uns erreichten berichte von imperialen schiffen die durch den raum der republik flogen sie scheinen sich zu mobilisieren und die jünger ragnus zu unterstützen du kannst noch eine mission annehmen aber halte dich bereit etwas großes wird passieren sehr bald ja wir nehmen aber noch eine mission an und zwar nach ort mantell die waffen vernichtung es sind informationen über einen großen vorrat alter waffen bekannt geworden die in der öde von ort mantell versteckt sind zerstöre die lager damit sie nicht in die falschen hände geraten aufzeichnungen aus der zeit der rebellion lassen darauf schließen dass sieben an der zahl in den ruinen der stadt sind das sollte leicht werden platzi ein paar ladungen genießt das feuerwerk und komm zurück was kann da schief gehen mensch das ist natürlich auch eine ansichtsweise wir nehmen wieder den hier und das stoker und natürlich wieder handgranaten auch wenn wir die nicht benutzen werden aber hey so hm da sind ein paar der waffen des 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 Boba Fett! Das hier geht dich nichts an, Jedi. Geh einfach weg. Das kann ich leider nicht. Ich wollte eigentlich durch die Heilung einsetzen. So. Äh, Boba. Boba. Ich glaube, der ist abgehauen. Habe ich jetzt hier gerade so das Gefühl. Na gut. Ähm. Ja. So, alle Waffenlager zerstören. Ach, wir haben die sogar auf der Karte eingezeichnet. Das ist schön. Das gefällt mir. Aber, das machen wir alles erst in der nächsten Folge. Oh, da oben ist er. Ich freue mich drauf. Hehehe. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.